hallo liebe c64 freunde ich begrüße euch zu einem ja sagen wir mal joystick reparatur spezial ja ich habe von einigen abonnenten ab und zu mal angefragt bekommen wie prüfst du schalter oder wie prüfst du kaputtes kabel und jetzt habe ich mir gedacht bündelste mal alles was ich so mache mit den sachen in einem kleinen video und das zeige ich euch jetzt mal also zum beispiel wir fangen jetzt bei dem kabel an ich muss das hier beiseite legen angenommen ich habe hier ein kabel und ich weiß nicht ob da vielleicht ein kabelbruch drin ist dann könnte man jetzt beispielsweise das nimmt man jetzt hier nehmen wir mal rot prüfen wir rot ihr braucht natürlich ein multimeter und das entsprechende werkzeug kriegt ihr alles zu kaufen müsst ihr mal schauen ist jetzt nicht so wild und hier habe ich mir etwas gebastelt das ist einfach hier so eine buchse da habe ich mir die jeweiligen farben der kabel dran gelötet damit ich gleich optisch schon mal sehe woran ich bin hier hatte ich nur schwarz und habe ich dann einfach so so ein schrumpfschlauch drüber gelegt so und das ding stecke ich hier dran den stellen wir so dass es das dass man quasi durch klingeln kann dass wir dass wir dann hören wenn es klingelt ob dann auch wirklich ein signal drauf ist so wir haben jetzt hier rot dann gehen wir hier auch an rot achtung ok und so könnte man jetzt beispielsweise hier diese anschlusskabel durch klingeln und wenn die in ordnung sind ja dann müsste das einigermaßen passen dann haben wir das schon mal auf der sicheren seite ich mache das oft weil ich diese kabel aus den kaputten joysticks raus nehme und ich will ja nicht einfach alles wegschmeißen sondern ich schaue was kann man noch verwenden für eine reparatur ja und dann klingel ich die durch und wenn die gut sind kommen sie bei mir in die kiste ok das wäre jetzt eine möglichkeit schalte das noch mal in die kamera sieht sehr wild aus ist es aber eigentlich nicht das ist einfach dran gelötet und gut ist hier habe ich dann noch so so nennt sich das kabelschuhe ich weiß es jetzt hat genau dran gemacht habt die auch noch mal mit so einem schrumpfschlauch drumherum dass die sich jetzt hier nicht irgendwie kontaktieren so also eigentlich ganz einfach vom prinzip her müsste das klar sein okay hier haben wir von dem competition pro ein schalter mit den metallzungen denn ja da muss man eigentlich nicht groß was erklären wenn das oxidiert ist ich gehe so vor ich nehme hier einfach ein stück schmirgelpapier halt das hier dazwischen dann drücke ich den zu und sieht es raus und dann gehe ich noch mal hier mit dem mit mit so das ist von klopapier rolle so ein bisschen pappe dann gehe ich da noch mal drüber dass ich auch diese ja also ich weiß es etwas das ist ist das sand oder so was da auf diesen schmirgelpapier drauf ist weil es dann doch noch was dazwischen hängen könnte dass wir hier zumindest alles was angelaufen ist das edelstahl dass das wieder frei ist und dann suchen wir uns hier irgendwas raus gehen dann hier wieder dran ich nehme gerne diese klammern weil dann brauche ich eine drei hände für dann halten wir hier hinten das andere dran also funktioniert okay das können wir dann ähnlich hier auch machen das ist ein san war schalter der hat eine geringe einbautiefe den kann man zum beispiel als ersatz nehmen werden der hier gebrochen sein sollte ist eigentlich auch selbsterklärend was wir da machen das halten wir dran und dann lösen wir eigentlich nur aus ja das kriegt auch kontakt ist halt ein bisschen schwach aber das kriegt auch kontakt okay nächster diese schalter jetzt habe ich hier gerade kein joystick liegen wo die verbaut sind jetzt muss ich eigentlich mal ganz kurz an den schrank und mir so ein joystick hier rausholen ok so bin ich wieder zurück also hier von spectra video das sind die quick shots die späteren ihr kennt die ja in erster linie wahrscheinlich hier so als schwarz und die gab es dann noch mal also da hatten die in der schwarzen version mit halzungen und später diese variante da habe ich aber ein best habe ich aber ein video gemacht guckt ja am besten ich werde es mal verlinken da seht ihr dann die ganze baureihe von denen das sind dann schalter verbaut aber das sind nicht diese schalter die man kennt die heute noch gängig sind sondern es sind diese schalter hier ja und die sind schwer zu bekommen also ich habe bisher noch keine quelle gefunden wo man die neu kaufen kann falls das einer kennt eine quelle bitte direkt in die kommentare schreiben diese schalter gehen eigentlich an sich nicht kaputt weil das ist ein gekantetes blech und hier noch mal so ein bolsen ist aus edelstahl das kann höchstens anlaufen natürlich je nachdem was da drüber gekippt worden ist können die natürlich dann schon rosten aber im regelfall rostet da nichts empfindlich ist hier diese feder ja die wird meistens kaputt gedrückt wenn man zu viel gewalt anwendet die sind also schon um einiges empfindlicher als diese hier und wenn hier die feder mal kaputt ist dann habt ihr es schwer ja ok was mache ich ich mache das gleiche wieder schmiergel papier das klemmig hier dazwischen löst den schalter aus und zieht durch das mache ich ein paar mal ja dann mal nehmen wir wieder hier die pappe so dann können wir den auch ganz normal hier hinten anschließen zum kontrollieren so ok funktioniert ja das müsst ihr euch halt nur vorstellen der ist ja normalerweise ein angelötet am joystick dann ist die fummelei ein bisschen komplizierter aber ihr habt jetzt mal gesehen wie das wie das möglich ist so nächster schritt das sind die mikroschalter dies die ich als ersatzteil benutzt da habe ich auch ein bisschen rumgesucht dass ich hier welchen findet der nicht ganz so ja die halt schneller auslöst ich mag das wenn die natier so wie soll ich sagen wenn der kraftaufwand zu hoch ist das hier einzudrücken sind halt eigentlich billige dinge aus china aber ich habe mit denen bisher keine probleme gehabt und ja verbau die halt aber hier auch ganz klar das könnt ihr machen wenn der im joystick noch eingebaut ist oder könnten rausholen wie ihr das wollt einfach testen so funktioniert ok sollte der mal nicht funktionieren empfiehlt sich natürlich alle vier auszutauschen weil also wenn ihr nicht im passenden ersatz habt zu den anderen verbliebenen dreien dann alle vier austauschen weil sonst habt ihr nämlich unterschiedliche widerstandswerte also wenn ihr dann spielt und der eine und was bei sich zum beispiel nach oben löst sehr leicht aus nach unten brauchst du riesen kraft für ja dann ist das spielgefühl vielleicht nicht so toll muss aber jeder halt selbst wissen ich tausche dann immer alle alle dann aus und hebt die anderen als ersatzteile auf aufmachen kann man die mit einem cutter messer seid da vorsichtig nur die spitze leicht rein und dann könnt ihr den den deckel hier raus hebeln das funktioniert aber auch nicht bei allen das funktioniert bei diesen das funktioniert bei einigen originalen die bei den competition bros verbaut sind aber ich hatte auch schon welche drin gehabt bei den competition bros da waren die wie verschweißt oder so oder oder so hart verpresst dass ich die nicht abgekriegt habe hat den deckel das ist dann halt so eine sache da müsst ihr schauen und so sehen die innen aus nichts wildes es ist im grunde das gleiche prinzip wie bei diesem hier und hier sind solche kontakte und die müssen halt blank sein ja also das ist auch wieder hier edelstahl das kann über die jahre anlaufen oder vielleicht ist auch mal dreck reingekommen keine ahnung wie aber kann ja sein meistens läuft das an und dann müsst ihr halt auch schauen wie ihr das sauber macht also ich habe so einen fall noch nie gehabt dass das hier wirklich problematisch war ich hatte einmal zum spaß einen geflutet mit kontaktspray danach ging der wieder aber ich habe jetzt das nicht so oft dass ich mir da gedanken gemacht hätte also auch hier kann man dann eigentlich mit der pappe so ein paar mal drüber gehen und dann funzt er wieder das würde natürlich würde vielleicht auch funktionieren okay so so prüfe ich im grunde ja wie das mit dem kabel ist da müsst ihr euch halt selbst was bauen und ansonsten ist das eigentlich ganz easy ich hoffe euch hat das video spaß gemacht lasst einen daumen hoch macht einen daumen hoch ja und gerne abonnieren das würde mich freuen weil wir nähern uns jetzt schon den 250 abonnenten also das wäre ganz toll wenn wir das noch schaffen würden okay leute verpasst nicht das spezial video zu dem quickshot und dann wünsche ich euch eine schöne restwoche wir sehen uns beim nächsten video tschüssi